Hallo zusammen, Ei Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Mitbringsel für den Qualschalschwarm anzunehmen bei Chavlin und Sirpaw, enthalte Vastus an dieser Position. Vorquests waren das Eigelb trennen, ein eigenes Nest und Zeit zum Rupfen. Nehmen wir mal die Quest an. Nun dürfen wir gleich das Quest Item benutzen, was wir bekommen haben. Auch im Event darf zu finden, einfach rechts klicken, benutzen, wie auch immer. Nun geht es hier in diese Höhle, da mache ich jetzt aber nicht die Map extra auf, ist er direkt daneben. Oh, Türkis-Blau sind wir. Oh, mit einem Stein, zwei Steine, zwei Steine, schick. Hier dürfen wir mit Köchin Twitteri, Twitteri, nicht Twitteri, Twitteri. Sprechplassen durchklicken. Nun dürfen wir diesen extra Knopf drücken. Der kann bei euch natürlich auch woanders sein, je nachdem wie ihr das Interface eingestellt habt. Und nun ist die Quest gleich fertig, müssen wir ein bisschen abwarten. Hier kommt der NPC angelaufen. Quest ist abzugeben, bei Chavlin und Sirpaw, enthalte Vastus an dieser Position. Ihr habt ja am Anfang gesehen, in welche Höhle ich gelaufen bin. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.